Hallo Leute, ich bin Maria Thiener und ich bin jetzt gerade in Brandenburg an der Havel mit Oliver Rande, der rennt und versteckt sich hinter seiner Frauentasche. Heute haben wir die Känzlerin gesehen. Angela Merkel hat eine Rede in dem Stadtsyndrom gehabt und das war über was den europäischen Kreis und was. Dass man wählen soll und ich hoffe gleich, Otto, wir sind in der Straße. Ja, ich habe eine kleine Ausschlüsse, euch zu zeigen. Ich fand es gut, cool, dass ich sie gesehen habe und ja, so bis bald, vergiss nicht zum Abonnieren. Viel Gruß aus Deutschland und ja, okay, tschüss. Sie kennen ja bestimmt noch Leute, die gesagt haben, heute zu ihnen, bist du verrückt, dass du dich hier in die Sonne auf den Markt fährst? Und wenn sie die heute Abend treffen, dann sagen sie denen, verrückt bin ich nicht. Es gab auch ganz Interessantes zu hören. Und dann sprechen sie nochmal drüber bis zum 11. September mit ihren Familien, mit ihren Nachbarn, mit ihren Kollegen bei der Arbeit oder im Verein, was da zur Debatte steht und ob es sich nicht lohnt, Brandenburgs Erfolg vorzustreiten. Deshalb, Friedrich Linn-Thiemann, Stimme für die CDU, herzlichen Dank, dass ihr euch hier sein darfst und vor allen Dingen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Dann uns allen noch einen schönen Tag und kein zu schlimmes Gewitter. Vielen Dank.